Wie in meinem Livestream schon angekündigt, werden wir uns heute mal das Hyde Y40 angucken, auf Deutsch Y40. Das ist der kleine Bruder vom Y60 und das ist ein etwas spezielleres Case. Erinnert von der Optik her so ein bisschen an das Lian Li Dynamic O11, aber es gibt ja mittlerweile mehrere Gehäuse, die so aussehen, die einfach zwei Glasfronten haben, beziehungsweise eine Glasfront und eine Glasseitenwand. Und das schauen wir uns jetzt heute mal an. Zuerst einmal muss ich sagen, bei dem Case ist es nur möglich, Grafikkarten vertikal einzubauen. Also horizontal ist da überhaupt nicht drin, liegt unter anderem hinten natürlich an den Slotblenden. Ist aber nicht schlimm, weil, wie ihr das vielleicht hier einigermaßen erkennen könnt, ist schon ein Vertical Mount mitgeliefert, mit dem passenden Riser-Kabel. Das Case kostet so roundabout zwischen 150 und 170 Euro. Ich habe auf Geiz halt eben bei Ebay einen gesehen für 150, neu natürlich, nicht gebraucht. Und so standardmäßig liegt das bei circa 170 Euro. Wenn man das mit anderen Gehäusen auf dem Markt so vergleicht, die auch viel Glas haben und in dieser Bauweise sind, passt das ungefähr vom Preispunkt. Aber hier gibt es auch ein paar Defizite, was ich ein bisschen schade finde und halt diesen positiven Aspekt mit dem Vertical Mount, mit dem passenden Riser-Kabel. Weil das alleine würde schon im freien Markt, wenn man was Gutes nimmt, so zwischen 50 und 60 Euro kosten. Aber schauen wir uns die Kiste einfach mal an. Ich bin gespannt. Ich habe es mir auch vorher noch gar nicht so angeguckt. Ich habe ein bisschen im Internet rumgesurft, mir so angeschaut, was andere dazu sagen. Und ja, bei einigen Punkten stimme ich denen zu und bei anderen Punkten wiederum nicht. Ihr seht auch gerade schon die Lüfter hier, die habe ich mir noch dazu gekauft. Einfach nur, weil ich jetzt das Schwarz-Weiße genommen habe. Hyde hatte mich angeschrieben und sagte, welches willst du haben? Da habe ich gesagt, ich nehme das Schwarz-Weiße. Es gibt es auch noch komplett in Schwarz und auch noch in Rot-Schwarz. Müsst ihr mal bei Geisterhals gucken, einfach in der Videobeschreibung auf den Link klicken. Und da dachte ich mir, diese Arctic-Dinger, die passen ganz gut dazu. Die habe ich mir dazu gekauft. Und wir werden uns gleich mal anschauen, wie die ganze Geschichte dann als Non-RGB-Bild aussieht. Fangen wir einfach mal oben an. Oben haben wir eine Abdeckung mit so einem L-Design. Ich weiß nicht, wie ihr das nennen wollt. Aber hier ist auf jeden Fall der Airflow gegeben. Da drunter versteckt sich auch noch ein Staubfilter. Den werde ich euch gleich noch zeigen, wenn ich die ganze Sache mal abgenommen habe. Was die Frontanschlüsse angeht, haben wir hier einmal eine kombinierte Audiobuchse für Kopfhörer und Mikrofon. Zweimal USB 3.0. Ja, die sind schwarz gehalten. Eigentlich sind sie blau, aber sie sind schwarz gehalten. Das ist wirklich 3.0. USB-C 3.1 ist mit dabei und der Ein- und Ausschalter natürlich. Bei der Backplate haben wir ebenfalls dieses L-Design. Ist halt mal was anderes. Und auch mit Staubfilter werde ich euch gleich auch noch mal zeigen. Auch wenn es nicht mitbekommen hat, Glas und Glas. Wenn wir uns die Rückseite anschauen, haben wir hier einen 120mm-Lüfter schon vorinstalliert. Hier sind Kabelführungen außen. Die sind dafür gedacht, dass ihr bei USB-Geräten, Tastatur, Maus oder auch Monitor von mir aus, die Kabel hier auch gerade runterlegen könnt. Inwieweit man das benutzt, weiß ich nicht. Für mich wäre es nichts, wenn ich das jetzt irgendwie mit Kabelbinder festmache, weil ich viel zu oft meine Peripherie wechsle oder auch mal eben irgendwas anderes anschließen will. Und jetzt haben wir hier diese Thematik, dass man Grafikkarten wirklich nur vertikal einbauen kann. Aber man sieht vier Slot breit und bis zum Glas ist immer noch Platz. Das heißt, selbst die Lüfter der Grafikkarte sollten weit genug von der Glasscheibe weg sein, dass man eben vernünftigen Airflow hat bei der Grafikkarte. Bei einigen Gehäusen gibt es halt das Problem, wenn die Lüfter der Grafikkarte zu nah am Glas sind, dass der Airflow dadurch eben behindert wird. Na, ist klar. Aber hier sehen wir halt wirklich vier Slot breit. Also die aktuellsten Grafikkarten sollten eigentlich reingehen. Dazu haben wir jetzt natürlich das Thema, dass ihr hier nur noch Karten verbauen könnt, also Erweiterungskarten, die so eine kleinere Slotblende mitbringen. Oder ihr montiert die große Slotblende, die ja deutlich länger ist ab, und versucht die dann da reinzustecken, habt dann aber keine mechanische Halterung mehr. Es gibt einige Karten, die sowas mitliefern. Bei vielen WLAN- und Bluetooth-Karten zum Beispiel habt ihr eine lange und eine kurze Slotblende. Da funktioniert das gut. Es gibt aber eben auch Karten, die diesen Adapter nicht mitbringen, beziehungsweise die kleinere Slotblende. Die müsstet ihr dann halt so da reinschieben. Ist dann nicht so geil. Und auch beim Netzteil haben wir hier außen diese Halterung. Für Kabelbinder habe ich bei anderen Gehäusen bisher noch nicht gesehen. Inwieweit das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber es sticht hervor. Was ich persönlich irgendwie cool finde, ist die Art und Weise, wie die Seitenplatte festgemacht ist. Ihr könnt hier einfach hinten dran ziehen und dann kommt die einfach raus. Das ist richtig easy. Ihr habt hier oben so Befestigungs-Nuppelchen. Gut, kennen wir von anderen Gehäusen, klar. Und die rasten dann hier oben in diesen Löchern ein. Und dann habt ihr halt diese Seitenwand schon in der Hand. Das gleiche gilt im Übrigen hier für die Glasscheibe. Das kann man auch einfach hier oben abklippen und dann hat man die einfach direkt in der Hand. Und hier haben wir jetzt ein paar Besonderheiten gegenüber anderen Gehäusen. Eben dieses PCI Express 4.0 Riser-Kabel, was schon inkludiert ist, inklusive dieses Mounting-Brackets. Also einmal für das Mainboard und einmal hier unten, wo die Grafikkarte dann von oben reingesteckt wird. Hier könntet ihr theoretisch zweimal 120 oder zweimal 140er Lüfte einbauen. Ich habe jetzt 140er genommen. Sieht dann einfach stimmiger aus, finde ich. Die Aussparung hier scheint auch groß genug zu sein, dass wenn ihr mal den CPU-Kühler tauscht, einfach die Backplate mittauschen könnt. Es gibt ja verschiedene CPU-Kühler, die haben verschiedene Backplates. Und dann kann man das einfach wechseln, ohne das ganze Mainboard rausnehmen zu müssen. Auch hier fehlen mir wieder die gummierten Kabeldurchführungen. Ich finde das einfach optisch ansprechender, wenn man eben diese Backplate dahinter nicht sieht und die Kabel nicht so an dem Metall hier rumschubbern, sondern eben einfach durch diese gummierten Führungen durchgehen. Die fehlen an der Seite, die fehlen unten, die fehlen einfach überall. Aber wir haben genug Kabeldurchführungen hier unter anderem auch für die Grafikkarte. Hier vorne haben wir noch so einen zweiten Slot. Ich zeige euch das gerade mal. Also hier habt ihr diese Standarddurchführung eben fürs Mainboard und hier können die Kabel von der Grafikkarte durch. Das ist ganz nice. Die werden ja sowieso hier so hinterhergelegt und dann oben in die Grafikkarte eingesteckt. Hier oben hätten wir dann noch Platz für eine 360er AEO oder eben drei Lüfter. Ich werde gleich einfach drei Lüfter einbauen, eben auch in schwarz und weiß, die Bionics F120 von Arctic. Ich finde das dann optisch ansprechender, aber eben eine Wasserkühlung geht auch. Was ich euch auch noch zeigen wollte, wir haben hier die Backplate mit diesem Staubfilter. Und das ist ein Kunststoffeinsatz. Das ist eine Metallplatte, aber ein Kunststoffeinsatz eben mit diesem Staubfilter dabei. Der ist allerdings auch sehr fein. Da solltet ihr dann wirklich darauf achten, den dann oft genug sauber zu machen. Von außen natürlich. Die Lüfter, die ziehen ja die Luft rein und dann sammelt sich von draußen der Staub. Einfach mal mit dem Staubsauger draufhalten. Aber ich finde dieses Liniendesign irgendwie interessant. Davon habt ihr hinterher nichts mehr, das ist klar. Aber ihr habt hier das HITE-Logo, diese Linien. Ist mal was anderes. Von der Unterseite habt ihr auch noch Staubfilter. Das hängt natürlich unter anderem hier einmal mit dem Netzteil zusammen. Und hier drunter versteckt sich noch ein Lüfter. Da kommen wir aber gleich zu, wenn ich euch die Rückseite richtig zeige. Die könnt ihr einfach ein bisschen runterziehen und dann nach oben weg. Also hier oben so eine kleine Arretierung, ihr seht das. Einfach rausziehen und nach oben weg und dann sauber machen mit dem Staubsauger und wieder reintun. Auch mit diesem kleinen Designkreis, den wir eben schon auf der Backplate hatten von HITE, ist auch mal was anderes. Davon habt ihr auch nichts. Ist unterm Case, aber ist ganz nett, dass es halt da ist. Man weiß, dass es da ist. Übrigens, wenn ihr natürlich dann vorhabt, hier eine Wasserkühlung einzubauen, müsstet ihr ja den Deckel abnehmen. Das geht auch relativ easy. Einfach hochdrücken. Auch mit diesen Nupsis wieder befestigt. Und man sieht, man hat das ganze Teil in der Hand. Auch mit Staubschutzfilter. Auch hier ziehen sich die Linien so durch. Und von oben sieht die ganze Nummer dann so aus. Also ihr könnt ganz easy hier eine 360er Wasserkühlung verbauen. Das ist überhaupt kein Problem. Auch hier haben wir wieder so einen Designaspekt. Davon habt ihr hinterher halt auch nichts. Ist halt unter der Abdeckung. Und hier auf der Rückseite seht ihr schon, habt ihr ordentlich Platz für Kabelmanagement. Eben auch mit diesen Befestigungspunkten für Kabelbinder. Ich habe das auch eben nachgemessen. Bis zur Außenwand sind es circa drei Zentimeter. Etwas über drei Zentimeter. Das reicht auf jeden Fall aus. Hier könntet ihr noch zweimal 2,5 Zoll SSDs verbauen. Dann macht ihr einfach hier die Schraube ab. Und dann habt ihr diese Platte in der Hand. Das hier sind einfach nur die Standardkabel, die von der Front kommen. Unter anderem Audio und USB 3.0. Und hier unten sehen wir auch schon den Lüfter, der dann Frischluft von unten ansaugen soll. Ja, der ist ziemlich klein. Ich weiß. Aber der reicht halt dann auch aus. Das Ding ist, der ist einfach nur DC gesteuert. Also kein PWM-Lüfter. DC bedeutet für euch, ihr müsstet das im BIOS auf jeden Fall umstellen, um den dann über Spannung anzutreiben und dann die Drehzahl regeln zu können. Hier haben wir noch eine kleine Zubehörbox. Die schauen wir uns mal eben an. Das finde ich jetzt cool. Das wusste ich nicht. Hier ist ein Splitterkabel dabei. Ihr habt in der Front ja eine Kombibuchse für Mikrofon und Kopfhörer. Und falls ihr jetzt nicht so einen Splitter habt, um das aufzuteilen, ist der einfach mit dabei. Also das habe ich bei einem Case noch nie gesehen, dass so ein Adapter mit dabei ist. Das ist klar. Ist ein Cent-Artikel, aber nice to have. Hier sind die Standardschrauben unter anderem für Netzteile. Das sind ganz normale Mainboard-Schrauben. Ein paar Kabelbinder haben wir auch noch mit dabei. Und hier noch weitere Schrauben unter anderem für Laufwerke oder ähnliches, also HDD oder so. Steht sogar drauf. Five Pieces für HDD. Warum fünf? Naja, gut. Es sind fünf, falls mal eine verloren geht. Hier oben schaut auch noch das Kabel raus von dem Lüfter, der im Heck verbaut ist. Einfach nur ein DC-Lüfter. Ist der gleiche, der auch da unten verbaut ist. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an zu bauen. Und wenn mir was auffällt, mache ich die Kamera wieder an. Ihr glaubt ja wohl nicht, dass ich im Stehen baue, oder? Ja, das ist so geil. Selbst bei den PSU-Schrauben haben sie einfach fünf beigelegt. Man braucht ja eigentlich nur vier. Die halten einen echt für bescheuert, dass man irgendwie eine verbaselt. Was mir hier jetzt gerade noch auffällt, ich meine, man hat viel Platz, klar. Aber die Gefahr, dass so ein Kabel vom Netzteil hier in den Lüfter reingerät, ist relativ hoch. Man hat hinten noch so eine kleine Ablage, ja. Aber ich hätte mir hier gewünscht, dass da vielleicht so ein Metallgitter oben drauf geschraubt hätten, dass die Kabel eben nicht im Lüfter landen können. Man muss jetzt halt ein bisschen aufpassen. Ist kein Weltuntergang. Ich wollte es nur mal gesagt haben, wir haben hier vorne auch noch Möglichkeiten, das dann alles festzumachen. Ja, okay. Aber die Gefahr ist halt da. Ey, das soll jetzt überhaupt kein Review irgendwie für Aktik oder so werden, ne? Aber hier bei den 140ern sind silberne Schrauben dabei. Und bei den 120ern schwarze. Hä? Naja, hätten sie da mal auch schwarz reingepackt, hätte besser ausgesehen. Aber man sieht sie hinterher sowieso nicht mehr, also was soll's. Und ja, ich weiß natürlich, dass die Lüfter jetzt die Luft rausbefördern. Die drehen sich ja immer links rum. Ich finde es vom Design her jetzt einfach mal besser. Das soll kein praktikabler PC werden, sondern einfach nur erstmal schön aussehen, damit ihr auch mal was von ihrem Gehäuse seht. Die sehen nämlich auf der anderen Seite jetzt nicht so schick aus. Also wenn wir jetzt mal so einen 120er nehmen, der ist jetzt nicht so hübsch. Ich finde die Front deutlich hübscher. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal so. Wenn ihr euch natürlich andere Lüfter holt, was weiß ich, Corsair oder so, die zum Beispiel auf beiden Seiten so RGB-Ringe haben, dann ist das wurscht, wie rum ihr sie einbaut. Ich lasse es jetzt so, wegen optischen Gründen. Schaut mal, wie findet ihr das jetzt optisch? Also ich finde das ganz ansprechend. Wenn das so ein Non-RGB-Bild wird, auf jeden Fall, den sollte man eigentlich tauschen. Der sieht irgendwie ein bisschen billig aus. Da hätte ich vielleicht auch noch einen 120er kaufen sollen von Arctic. Aber die sehen gut aus. Ist jetzt natürlich auch, weil ich das schwarz-weiße Gehäuse genommen habe. Wenn man jetzt nur das schwarze nimmt, sieht das natürlich wieder ganz anders aus. Genauso wie bei dem rot-schwarzen. Da wäre ich echt mal gespannt, ob einer von euch das rot-schwarze zu Hause hat. Da würde ich nämlich gerne mal ein Bild drin sehen. Das ist nämlich eine außergewöhnlichere Farbe. Von oben sieht jetzt auch alles ganz schick aus. Auch das mit den Kabelführungen und so hat alles super geklappt. Ich muss mal schauen, wie sich das später von der Höhe verhält. Weil man hier oben jetzt schon die Schrauben vom Mainboard sieht. Und ich glaube, wenn man eine Wasserkühlung jetzt hier oben einbaut, dass sich die ganze Sache natürlich nach unten versetzt. Ist ja ganz klar. Nur, dass das nicht mit dem RAM kollidiert. Gerade wenn man, Thema Arctic, so einen dicken Radiator hat, dass da keine Kollisionen irgendwie entstehen. Ich würde jetzt auch das Mainboard einbauen. Um diesen Part hier rauszunehmen, braucht man einfach nur hier eine Schraube lösen. Und dann hat man das Teil in der Hand. Kleiner Tipp von meiner Seite aus. Wenn ihr in diesem Case baut, auf jeden Fall erst das Mainboard rein, dann das Netzteil, dann den Stecker da oben reinwumsen. Und dann erst eine Wasserkühlung. Jetzt geht das noch. Mit nur Lüftern funktioniert das. Dass ich da das Kabel noch dran kriege, ohne den wieder abmontieren zu müssen. Wenn ihr eine Wasserkühlung drin habt, kommt ihr da nicht mehr dran. Ganz einfach. Das ist ja die Stromversorgung für den Prozessor. Ja, jetzt weiß ich, wofür dieses Loch hier gedacht ist. Dass man hier schön mit den dicken Wurstfingern doch noch von oben dran kommt und den Stecker einigermaßen da reinkriegt. Ich würde euch trotzdem empfehlen, erst Mainboard, Netzteil und dann die Wasserkühlung rein. Schaut mal, was ich hier noch rumliegen hatte. Den AK620. Den werden wir jetzt auch da reinprügeln. Einer der größten CPU-Kühler, die ich jemals in der Hand hatte. Aber der sollte rein von den technischen Daten passen. Und gerade weil er halt eben auch weiß ist, passt das ganz gut zum Case. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich habe jetzt mal ein bisschen Kabelmanagement gemacht. Es macht actually Spaß. Also wirklich. Ihr habt hier hinten diese Laschen. Ich hoffe, das sieht man ein bisschen. Die sind rückseitig angebracht. Also nicht hier auf dem Blech, sondern von hinten. Da kommt er auf jeden Fall gut dran. Dann habe ich die ganze Schose hier runtergelegt. Hier habe ich jetzt die Kabel reingestopft, die ich halt nicht brauchte. Aber ihr habt übelst viel Platz. Also wirklich. Gut, bei so einem Case in der Preisklasse erwarte ich sowas auch. Aber das meinte ich auch, dieses Abgesetzte hier. Ihr habt richtig Platz. Ihr seht es ja. Und dann macht sowas auch Spaß. Und ihr habt überall diese einzelnen Punkte, wo ihr noch überall Kabelbinder machen könntet. Das geht noch viel besser. Ja, weiß ich. Aber das hat gebockt. Finde ich gut. Und ihr seht, in der Front sind wir auch soweit. Von den Lüftern hat man jetzt natürlich nicht mehr so viel, weil der AK620 einfach fett ist. Also wirklich viel sehen tut man davon nichts mehr. Ich hätte noch einen bestellen sollen. Der sieht echt lüttig aus. Also den könnt ihr eigentlich rausschmeißen. Ich finde den optisch echt nicht schön. Der war ja beim Case mit dabei. Der ist ja nochmal hier unten in dieser Platte auch drin verbaut. Übrigens hatte ich jetzt auch keine Probleme noch irgendwie die Kabel so zu legen, dass die eben nicht in diesen Lüfter reingehen. Einfach Kabelbinder drum hochsetzen und fertig. Da sind überall so kleine Ausstanzungen, wo ihr ein Kabelbinder durchführen könnt. Jetzt packen wir noch die Grafikkarte rein und dann schauen wir uns das System mal an. Warning. Remove before use. Naja, wenn man da versuchen will, die Grafikkarte vorher reinzustecken, wird das sowieso nichts. Wir haben jetzt hier eine 2080. Ich versuche die jetzt hier reinzukriegen. Das Ding ist, der CPU-Kühler ist halt ziemlich fett und die stößt hier unten schon an und eben hier oben. Das geht mit Sicherheit, wenn man den CPU-Kühler nochmal abbaut, die dann reinsteckt. CPU-Kühler wieder drauf. Aber ich versuche es jetzt erstmal so. Ja, hat tatsächlich so geklappt. Ist aber relativ knapp. Also wenn ihr jetzt noch eine dickere Grafikkarte nehmen würdet, also die ein bisschen breiter ist, dann wird es da schon eng. Vor allen Dingen in Kombination mit so einem großen Luftkühler. So, die Grafikkarte ist soweit drin. Ich denke, mit einer weißen Grafikkarte wird die ganze Nummer noch viel geiler aussehen. Aber mir gefällt es so auch schon. Ihr seht, ihr habt jetzt nicht mehr sonderlich viel Platz. Ich kann jetzt auch nochmal eben die Länge der Grafikkarte messen, damit ihr wisst, wie viel Platz ihr wirklich noch zur Front habt. Also wenn wir jetzt hier schauen, würde ich sagen, bis 420 Millimeter. Dann muss aber auch Schluss sein, wobei die wenigsten Grafikkarten sowas überhaupt erreichen werden. Die meisten bewegen sich so bei 350 bis 360 Millimeter und dann habt ihr auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Und wie gesagt, das ist nur eine 2080. Dann kommt noch die 30er Serie, die 40er Serie, ein paar AMD-Karten. Die sind auch noch deutlich größer. Aber passt auf jeden Fall gut rein. Und ihr habt auch noch ordentlich Abstand zur Front, zu dem Glas. Also Seiten, Panel, Front ist jetzt hier. So und das Glas, das stecken wir jetzt einfach wieder hier drauf und dann da oben rein. Fertig. Hättet ihr diesen nervigen Aufkleber nicht einfach auf die Folie machen können, die vorher auf dem Glas war? Und da steht es nun. Gut, es spiegelt jetzt hier noch ein bisschen im Studio. Es sieht in Real Life, also nicht direkt durch die Kamera, deutlich besser aus. Aber ich finde, das ist echt gelungen. Wir schalten das jetzt nochmal eben ein. Viel zu sehen gibt es sowieso nicht, weil kein RGB verbaut ist. Die Grafikkarte hat ein bisschen RGB. Ja, aber weder der CPU-Kühler noch diese Lüfter oder sonst irgendwas. Ja, dann würde ich mal sagen, Stunde der Wahrheit. Erstes Mal einschalten. Alter, ist der laut. Gut, nicht über die Lautstärke wundern. Die laufen jetzt gerade auf Maximum. Das Board habe ich auch ganz neu bestellt. Das muss ich jetzt erstmal ein paar Mal durchschalten. Na, man sieht schon, die Grafikkarte hat kurz aufgehört, fängt wieder an. Und schon ist Ruhe im System. Ich mache mal die Lampen vom Studio aus. Vielleicht sieht man es dann noch ein bisschen besser. Also selbst mit meiner Systemkamera kriege ich es jetzt nicht besser hin, als euch das jetzt so zu zeigen. Ich kann jetzt noch ein paar Lampen ein- und ausschalten, um zu gucken, ob das dann noch irgendwie besser zur Geltung kommt. Aber die Spiegelungen sind halt da. Es sind halt Glasscheiben. Ich denke, soweit erkennt man es ganz gut. Also mir hat es wirklich Spaß gemacht, in diesem Gehäuse zu bauen. Wirkliche Kritikpunkte sind unter anderem eben die gummierten Kabelführungen, die irgendwie fehlen. Würde geiler aussehen. Und der geringe Abstand oben runter zum Mainboard. Also eine normale Wasserkühlung geht auf jeden Fall. Eine Arctic würde ich lassen. Wird sehr wahrscheinlich mit dem RAM kollidieren, gerade wenn es hoher RAM ist. Aber für ein System mit einer normalen AIO funktioniert das auf jeden Fall. Oder ihr nehmt eine Arctic 280er und packt die da einfach in die Seite rein, wo jetzt die beiden 140er sind. Dann passt das auf jeden Fall. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen mit der Kabelführung, die zum Mainboard geht. Aber ansonsten ist das eigentlich schon ein gutes Case. Jetzt kann man natürlich noch über den Preispunkt sprechen. Ja, klar. Mit 150 bis 170 Euro ist es schon ein teures Case. Aber es bringt eben dieses Vertical Mount mit und das Riser Kabel. Und das kostet im freien Markt zwischen 50 und 60 Euro, wenn ihr was Gescheites haben wollt. Und das Ding ist einfach, wenn wir das dann abziehen, landen wir so bei ca. 100 bis 120 Euro. Und dafür finde ich es echt ein gutes Case. Aufgrund der Optik, finde ich, stellt es schon eine Konkurrenz gegenüber dem Dynamic Evo dar. Wobei das Evo in einigen Punkten noch besser ist designtechnisch und auch Kabelmanagement-technisch. Aber das sind so Kleinigkeiten. Ich finde, als Alternative ist das echt eine coole Sache. Vor allen Dingen, wenn ihr direkt eure fette Grafikkarte vertikal einbauen wollt. Also ich finde es ganz gut. Die Kritikpunkte habe ich genannt. Unter anderem das mit diesen gummierten Kabelführungen. Das ist so eine persönliche Präferenz. Ich finde es einfach besser. Vor allen Dingen scheuern dann die Kabel nicht so an diesen Metallteilen rum. Aber das muss jeder selber wissen. Ihr müsst natürlich aufpassen, wegen den Erweiterungskarten, wenn ihr noch welche habt, dass ihr da wirklich hinten die mit den kurzen Blenden nehmt. Und ich hätte es cool gefunden, wenn das Case noch einen Ticken höher gewesen wäre, dass die Wasserkühlung nicht so krass über das Mainboard überragt. Aber das muss auch jeder selber entscheiden. Mit einem Luftkühler eine feine Sache. Mit einer Wasserkühlung wird es dann irgendwann eng. Vor allen Dingen, wenn man darüber nachdenkt, dass man eben eine Wasserkühlung mit einem dickeren Radiator nimmt. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir eure Meinung gerne in den Kommentaren da. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.